Wenn ich dich dazu fragen darf, weil dieses Thema der Brüderlichkeit, wir bieten jedes Jahr eine Reise der Gläubigen an. Das heißt, einmal im Jahr bieten wir eine Reise für neue Muslime an und darüber werden wir noch eine Episode bei Iman Talk führen, inshallah. Die Planungen laufen sehr, sehr gut. Und dieser Punkt der Brüderlichkeit, ich möchte dir eine provokante Frage stellen. Also da kommt jetzt nichts Höfliches, sondern da kommt jetzt so was Provokatives. Viele neue Muslime, weil das ist sehr spannend, finde ich. Viele neue Muslime berichten häufig von der Brüderlichkeit, die sie im Islam gefunden haben. Ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich war nie ein Mensch zum Beispiel, der sich hingezogen fühlte zu Drogen oder solchen Dingen. Und bei den meisten Leuten, da geht es halt um Alkohol und natürlich sehr, 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 sehr viel um das dieszeitige Leben, aber auch um vieles, was zum Beispiel im Islam nicht erlaubt ist. Das ist zum Beispiel Alkohol, Rauchen, zu kiffen, halt allgemein diese Sachen. Und das hat mich nie wirklich angezogen. Und ich rauche auch nicht, natürlich. Ich habe damals auch schon nicht geraucht. Ich habe damals nicht, wie soll ich sagen, ich habe gewisse Dinge ausprobiert, aber schnell wieder fallen gelassen, weil mich das, wie gesagt, nie richtig angezogen hat. Und ich habe das dann bei diesen Brüdern gemerkt. Und ich habe gemerkt, ey, die rauchen nicht, die trinken nicht. Und das war so genau das, was ich halt auch gelebt habe. Und das habe ich bei anderen Menschen, habe ich das nicht oft gesehen. Und da komme ich in so eine Gruppe rein, wo jeder eigentlich so voll ähnlich ist oder fast gleich ist wie ich, ja, in dem Sinne. Und bei den anderen zum Beispiel, bei den Christen, ja, da steht ja zum Beispiel auch in der Bibel, dass Alkohol verboten ist, dass Schweinefleisch verboten ist, dass, ich meine, all diese Dinge, ja, dass sich Frauen bedecken sollen und alles. Und ich habe einfach mehr gesehen, wie sehr die islamischen Brüder das wirklich auch praktizieren. Und zum Beispiel, wie es bei den Christen dann so ist, ja, okay, du sagst halt dann, ja, du bist Christ, fragst halt so, ja, bist du Christ, ja, okay, trinkst du? Da sagt er, ja, ja, ein bisschen Wein da und da. Und das hat mich irgendwie immer, ich weiß nicht, ich habe mich da in diesem Bereich nicht wohl gefühlt. Ich habe mich nie wirklich wie zu Hause gefühlt. Und als ich das erste Mal in dieser Moschee ankam, da mit den Brüdern geredet habe, da habe ich mich einfach so wie zu Hause gefühlt. Ja, so war das für mich. Also, Baugriff, dass du diese Eindrücke schilderst, ich höre ja das, also ich muss aufpassen, dass ich die Professionalität nicht verliere, aber diese Geschichten bewegen einen natürlich sehr. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das höre, aber es bewegt immer etwas in mir, neue Muslime zu interviewen, neue Muslime, ihre Eindrücke zu sammeln. Und das, was ich immer merke, ist, dass, also, ich will jetzt mal, lass uns ehrlich sprechen, wir sind unter uns. Ja. Die Menschen, die zum Islam finden, wenn du sie wahrnimmst, wie sie davor waren und wie sie jetzt sind, sind sie Personen, die ruhig sind, die begnügsam sind, die Gefallen an dem Glauben gefunden haben, die auch von schlimmen Taten sich gelöst haben. Und wenn man sich jetzt als Pendant Personen ansieht, Muslime, die, ich will jetzt nicht sagen, vom Islam abgefallen sind, sondern auf den Islam pfeifen, so, die gar nichts mehr mit dem Islam zu tun haben, da endet das immer katastrophal. Also, ich kenne keinen Bruder und keine Schwester, die den Islam links liegen gelassen hat, als Muslim und in irgendeiner Weise profitiert hat. Im Gegenteil, also, ich kenne Leute, die das Gebet unterlassen haben, die finden das normal. Bei denen, die berichten mir, ich war letztens auf einer Akika und da war ein Bruder und der hat zu mir gesagt, ich kenne dich von den Videos und so weiter, hilf mir und mir geht es nicht gut, ich habe Probleme in meinem Leben. Und ich sage, Bruder, wo ist, wie schaut es mit dem Gebet aus? Und er sagt so, na, ich habe so Probleme mit Arbeit finden und mit Dings, ich bin raus. Ich so, ja, ja, aber wie schaut es mit Gebet aus? Und er sagt, ja, ich habe andere Sachen, auf die ich mich fokussiere. Und ich so, Bruder, ohne Gebet hast du kein, wirst du es nicht schaffen, du wirst kein normales Leben haben als Muslim ohne Gebet. Absolut. Und er sagt dann zu mir, ja, ich habe jahrelang nicht gebetet. Ah, subhanallah. Und er ist Ägypter, so wie ich. Und ich sage so, hast du Isha, also hast du zum Beispiel falsches Gebet nicht gebetet? Und er sagt, nein, ich habe zwei, drei Jahre gar nicht gebetet. Ah, subhanallah. Ja, dann ist ja klar. Und dann frage ich dich, schau, Bruder, Allah sagt im Koran, dass das Gebet von Schändlichkeiten dich fernhält. Wenn du diesen Impfstoff nicht hast, dann wirst du infiziert. Dann kriegst du genau diese Probleme. Ja. Und das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, ist nicht, schick mir deine Bewerbung und ich habe gute Connections beim Lidl oder beim Aldi oder was auch immer. Ja. Ich habe gesagt, komm, wir beten jetzt. Und da war eine Akika und keiner hat dort gebetet. Also, ich habe es nicht gesehen und habe jetzt auch nicht so Wert darauf gelegt. Ich habe gesagt, jetzt in dem Augenblick änderst du dein Leben. Das Gebet ist wichtiger als Bewerbung. Das Gebet ist wichtiger als ein Job. Das Gebet ist wichtiger als eine Ehefrau oder Ehemann. Ohne Gebet, Bruder. Also, wenn du ohne Gebet stirbst, Bruder, dann bist du ein richtiger Loser. Aber wenn du arbeitslos bist oder Schulden hast, dann bist du nicht automatisch ein Loser. Natürlich. Dann hast du zumindest noch die Verbindung zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Deswegen frage ich dich, wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal diese, du bist da, damals warst du ja noch nicht Muslim. Wir waren ja noch nicht bei der Scheheide. Oder wie hast du dich gefühlt, als du die Leute in der Moschee beten gesehen hast? Also, ich habe mich echt gut gefühlt. Sehr, sehr gut. Ich habe natürlich dann auch mal mitgebetet. Und es hat sich einfach so angefühlt, als ob eine Megalast von mir abgefallen wäre. Und es hat sich einfach, es hat sich etwas angefühlt, was ich noch nie zuvor gespürt habe. Ich habe das echt so noch nie zuvor erlebt, dieses Gefühl, diese Süße im Herzen. Verstehst du, was ich meine? Und wenn ich so selber jetzt mal reflektiere, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich zum Islam konvertiert bin, ich habe mich gefühlt, als hätte ich bis jetzt diese 20 Jahre oder bis dahin, wo ich noch nicht konvertiert war, als ob ich die ganze Zeit nur im Tiefschlaf war, als ob ich die ganze Zeit nur geschlafen hätte. Du hast erzählt, dass du zum Islam konvertiert bist. Aber wie war das genau? Kannst du da die Woche deiner Konvertierung ein bisschen beschreiben? Weil das ist etwas, was die Zuschauer hören wollen. Die Zuschauer wollen hören, wie die Tage davor waren, wie der Tag deiner Schahedah war und wie sich die nächsten Tage, wie Allah im Koran sagt, dass derjenige, der zum Islam findet, wie neu geboren ist. Deswegen, wie war diese Woche deiner Schahedah? Ja, mein Bruder hat ja viel Dauer auch mit mir gemacht und er hat dir mal erzählt, glaub mir, wenn du den Islam nicht annimmst und du stirbst so, dann heißt es die Hölle für dich, sozusagen. Und weil dann kam noch dieser andere Bruder und der hat noch auch gesagt, weißt du, wenn man von der Message erfahren hat und sie verstanden hat und den Islam nicht akzeptiert, sozusagen, dann, wenn man dann stirbt, das ist sogar noch schlimmer, sozusagen in dem Sinne. Und für mich natürlich hat das aber alles irgendwie Sinn ergeben, weil sagen wir, du erfährst von der Wahrheit und du nimmst sie nicht an und du stirbst an und du weißt genau, es ist die Wahrheit, aber du hast es nicht angenommen. Das ist ja eigentlich ein Mega-Verlust. Und das war mir mega bewusst in dem Moment. Und wo dann noch dieser andere Bruder gesagt hat, ja, weißt du, was ist denn dabei? Ich meine, du glaubst an einen Gott. Du glaubst, dass Jesus auch, Isra Aleyhisselam, kein Gottes Sohn war. Und was hast du denn zu verlieren? Und dann dachte ich mir, ja, ich habe eigentlich wirklich nichts zu verlieren. Ich meine, ich bin mir sicher, dass es die Wahrheit ist und ja, subhanallah, dann war ich mir eigentlich schon so gut wie sicher, dass ich die Schahada aussprechen wollte. Ich habe dann einfach zu dem Bruder gesagt, ich will es noch nicht jetzt aussprechen, aber ich möchte das gerne, wenn dann, mit den Brüdern zusammen machen, vor allem vor einem Imam am besten auch, möchte ich gerne die Schahada aussprechen. Und dann habe ich ihn nach der Nummer gefragt von dem Imam, damit ich mit ihm einen Termin ausmachen kann. Und an diesem Tag haben wir uns dann in der Moschee getroffen. Das war in Basel, in Kleinhünigen. Und das war echt, ich war echt, ich habe mich wirklich so sehr gefreut, da hinzugehen und die Schahada auszusprechen, weil ich genau einfach wusste, dass es die Wahrheit ist. Und ich war dann da in dieser Moschee und es war so gegen 10 Uhr, also es war eigentlich schon dunkel draußen und es herrschte so eine wirklich sehr schöne Atmos, eine sehr schöne Atmosphäre, wo ich nicht wirklich beschreiben kann, wie das war, aber ich habe mich einfach total wohl gefühlt, wie zu Hause. Und wir saßen da mit den Brüdern und wir haben miteinander geredet, natürlich auch über den Islam und was sonst. Und ja, subhanallah, dann sind wir einfach so noch ein paar Geschichten durchgegangen, die man so im Islam kennt und wieder so ein bisschen diese Grundlagen. Ja, man glaubt an einen Gott und eben an alle Propheten und es sind eigentlich alle immer mit der gleichen Message gekommen, an einen Gott zu beten und ihm nichts gleichzustellen. Und ja, subhanallah, ich habe dann einfach gewusst direkt, okay, ich werde jetzt die Schahada aussprechen und dann habe ich dem Imam das okay gegeben und dann hat er gesagt, ja, du darfst jetzt gerne mir alles nachsprechen, also es kommt dann erstmal auf Arabisch und dann nochmal auf Deutsch sozusagen. Und ja, dann habe ich das ausgesprochen. Also ich bezeuge, es gibt nur einen anbietungswürdigen Gott und das ist Allah und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Ja, das hat mich, nachdem, ich habe mich so gut gefühlt und alle kamen zu mir, haben mich in die Arme geschlossen und es war so, als ob ich gerade die Welt befreit hätte. Weißt du, ich meine, ich habe mich echt so gefühlt, ich habe mich wirklich noch nie so gut gefühlt wie in diesem Moment, subhanallah. Und ja, dann nochmal als Muslim, so richtiger Muslim, das Gebet zu verrichten, boah, das war nochmal ein ganz anderes Gefühl. Wirklich unbeschreiblich, unbeschreiblich schön. Einfach dieser Moment, wenn du deine Stirne auf dem Boden hast und du im Sujud bist, in der Niederwerfung, das ist einfach unbeschreiblich schön, das Gefühl, das ist etwas, was, egal was du in diesem Leben bekommst, an Materiellem oder Sonstigem, das ist diese Glückseligkeit, dieses Gefühl, das kann dir einfach keiner geben außer Allah. Und da wusste ich, dass dieser Weg der richtige Weg ist. Subhanallah. Barclavik, also es ist für mich immer eine, boah, es ist eine große Verantwortung, diese Eindrücke zu sammeln und ich bedanke mich immer so sehr, weil jedes Mal, wenn ich eine Person kennenlerne, wie sie zum Islam gefunden hat und sie öffnet sich mir und so der Dauer, dann ist es einfach so, dass Allah, Allah der Allmächtige so erlaubt hat, dieser Person Muslim sein zu dürfen. Und diese Erlaubnis ist so, so unglaublich stark, die du bekommen hast und du so auch angenommen hast. Und ich bin Allah subhanahu wa ta'ala sehr dankbar, dass er so viel Barmherzigkeit gezeigt hat und dich und deinen Bruder und ihm folgen, und darüber möchte ich jetzt sprechen, deine ganze Familie zum Eingottglauben, weg von der Trinität, weg von Sohn Gottes, weg von Halbgott Jesus geführt hat. Deswegen meine Frage an dich, Bruder, erst mal, wie hat deine Familie darauf reagiert, im Konkreten deine Mama, deine anderen Geschwister, als sie davon gehört haben, dass nicht nur ihr Bruder, sondern auch Muslim Jibril Muslim wurde. Wie war dann die Situation? Ja, es war eigentlich die genau gleiche Reaktion wie bei meinem Bruder. Oh nein, das sind doch Terroristen, nein, du jetzt auch? Und dann sagte ich, ja, ich auch. Ja, beruhigt euch ein bisschen, das ist nicht so schlimm, wie es ist, wirklich nicht. Es ist, die Medien, die verdrehen alles und so, habe ich gesagt, natürlich erst mal erklärt, etc. Und sie probiert zu beruhigen. Und nachdem, subhanallah, die Zeit verging und natürlich das Einzige, was ich gemacht habe oder was wir gemacht haben, ist eigentlich nur das Gebet zu verrichten und Dua zu machen für unsere Familie. Und ja, subhanallah, meine Familie war erst mal sehr geschockt, aber als sie dann mit der Zeit diese Dinge immer wie mehr, wie soll ich sagen, gehört haben, wie es gibt nur einen Gott und das ist Allah und es gibt nicht zehn Götter oder drei Götter, die eins sind oder solche Dinge halt, diese Grundlagen. Wir glauben an alle Propheten und Jesus war auch ein Prophet und es wird auch im Koran erwähnt und ja, solche Sachen und mit der Zeit hat auch die Familie verstanden, was so der Islam ungefähr ist und ja, mit der Zeit, Alhamdulillah, hat auch meine ganze Familie dann den Islam angenommen. Boah, Bruder. Bruder, subhanallah, also das ist. Ja, subhanallah, ja. Wie war das für deine ganze Familie? Wie haben die sich gefühlt, als sie, also ich muss jetzt nicht jede einzelne Person durchgehen, sondern grundsätzlich, sagen wir jetzt mal so, gab es einen Tag, wo alle gemeinsam den Islam angenommen haben oder war jeder für sich? Nein, jeder für sich, jeder für sich. Und dann, ja, bitteschön, bitte, Entschuldigung, dass ich es mache. Sagen, meine kleine Schwester, die war die zweite von der Familie, die den Islam angenommen hat und weil das ist ja so, bei den Kindern, die haben das ja wirklich, die haben ja diese, die alle haben diese Fitra, diese natürliche Veranlagung, aber bei den Kindern, das ist ja sehr extrem bei ihnen, weil so gut wie alle Kinder glauben an Gott, ja. Wenn du ihnen sagst, ja glaubst du an Gott, sie sagen, ja, ich glaube an Gott. Aber der Atheismus, der muss erst so, der muss erst angelehrt werden, ja. Wow, das ist ein super Satz, Bruder. Also ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber darüber müssen wir sprechen. Es gibt sehr viele britische oder grundsätzlich jede, egal welche Nation, Schriftsteller, Pädagogen, oh, jetzt habe ich ein Wort falsch gesagt, Elementarpädagogen, also junge Lehrer, die in der Primarschule unterrichten, die sagen, dass das Gotteskonzept, dass das der Default-Status ist, so wirst du geboren sozusagen, sie nennen es nicht Fitra-Konzept oder ja, wie wir das nennen, sondern sie sagen, dass du den Atheismus so anerziehen musst wie eine Sprache, dass grundsätzlich ein Kind nicht sprechen kann, also keine Sprache kann, das kommt mit der Zeit. Und der Atheismus kommt auch mit der Zeit. Deswegen, wie war das bei deinen kleinen Kindern und wie alt waren die, die das dann angenommen haben und war das für deine kleinen Geschwister einfacher als für die Älteren? Also ja, wie gesagt, es ging eigentlich sehr schnell bei meinen, und ich wusste das ja in der Zeit noch nicht, aber meine kleine Schwester hat sehr schnell, nachdem mein Bruder den Islam angenommen hat, auch den Islam angenommen, weil sie hat eine Zeit lang bei ihm auch gewohnt und hat natürlich auch nur gesehen, so wie es mein Bruder mir erzählt hat und auch meine kleine Schwester, sie hat einfach gesehen, wie immer diese, wie immer die Gebete verrichtet hat, ja. Und sie ging dann automatisch zu mir und hat gesagt, ja, was ist das und so, ich will auch mitbeten und so, und hat automatisch mitgebetet. Und ja, so ist es eigentlich so entstanden. Und mit der Zeit dann kam es so, dass dann, natürlich, dann bin ich zum Islam konvertiert und das ist noch ganz wichtig, was ich noch sagen wollte, dass ich das nicht vergesse. Noch ein Grund, der mich sehr inspiriert hat, wo ich zum Islam konvertiert bin, das ist nämlich natürlich, ich habe natürlich angefangen, den Koran zu lesen, ja. Ich habe angefangen, den Koran zu lesen. Ich war ja dazu mal als noch Rapper und als Rapper musst du ja die Verse reimen, ja. Du musst ja die Verse kriegen, es muss sich reimen. Und das habe ich ja eigentlich Tag und Nacht gemacht. Und als ich dann von einem Buch hörte, welches sich so gut wie komplett reimt und unverfälscht ist seit über 1400 Jahren, schon nur das Reimen, wo ich gehört habe, ein komplettes Buch, das sich reimt und welches über 100 Millionen Menschen auswendig aufsagen können, sei es egal, in welchem Alter, ob jetzt, ob es ein Kind ist, sogar ein Behinderter, die können das wirklich, die nennt man Hafiz und die können, die können wirklich den kompletten Koran in- und auswendig aufsagen. Und das war auch, das beweist ja gleichzeitig auch, und es ist immer dasselbe, das habe ich auch dann selber gemerkt, wo ich diese Dinge gehört habe, dass sich auch wirklich reimt. Ich meine, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, man hört es ja, oh, das reimt sich halt immer. Und wo ich die Sachen gehört habe, habe ich gewusst, es gibt kein anderes Buch, welches wie der Koran ist. Und ich habe dann gedacht, gibt es wirklich kein Buch, das auch so ist, welches nur ein anderes Buch, welches ein Mensch auswendig aufsagen kann. Und ich habe gesucht und es gibt einfach keins. So ein Buch, das so dick ist wie, wie soll ich sagen jetzt, ja, zwei Daumen oder ja, zwei Finger. Es gibt einfach keins. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und ich wusste, okay, wenn jetzt über 100 Millionen Menschen schon diesen Koran in- und auswendig aufsagen können und es wirklich immer dasselbe ist, wenn jemand irgendwas verändern würden, wollte, es ging ja nicht. Weil man wüsste direkt, okay, das und das ist verändert worden. Weil die Leute das ja im Kopf haben, ja, gespeichert. Und der Islam ist auch die einzige Religion, welches zum Beispiel sagen wir, man würde alle Bücher der Welt, ja, sagen wir alle Religionsbücher oder auch alle Bücher in den Atlantik schmeißen oder verbrennen. Der Islam oder der Koran wäre das einzige Buch, was innerhalb von kürzerer Zeit nach einem oder zwei Tagen wieder komplett hergestellt werden könnte. Weil so viele Menschen das in- und auswendig aufsagen können, ja. Das war, das war eines der größten Gründe, wieso mich der Islam so gepackt hat. Ach, das ist krass. Eigentlich der Koran selber. Meine Schwester ist zum Islam konvertiert und die dritte Person in der Familie war ich. Danach kam unser Vater, der hat, also mein Bruder hat mir erzählt, ich war nicht dabei, wo er konvertiert ist, aber subhanallah, mein Bruder hat mir erzählt, dass mein Vater auf einmal zu ihm gerannt ist und ihm gesagt hat, was muss ich sagen, ich kann so nicht mehr weitermachen, wirklich, was muss ich aussprechen, ich will, ich will jetzt, ich will Muslim werden, hat er gesagt. Und es war irgendwie, wie soll ich sagen, eine crazy Situation. Sie waren irgendwie so an einer Stelle, wo so ein Wohnwagen war und man konnte irgendwie reingehen und es hat irgendwie gedonnert und, nein, es hat noch nicht gedonnert, genau, es war, das Wetter war sehr, wie soll ich sagen, stürmisch. Es hat irgendwie angefangen zu stürmen, ja, sagen wir mal so. Und mein Bruder saß da drin und hat ihm so alles erklärt, nochmal. Und dann hat mein Vater auch die Herde ausgesprochen, und mein Bruder hat mir gesagt, wo mein Vater die Schahedda oft gesprochen hat, genau da hat es richtig angefangen zu blitzen und zu donnern, so. Subhanallah. Okay, Alter, das ist schon hart, ja. Ja, und danach, als dann natürlich immer wieder weiter, da ging es natürlich immer wieder weiter und mein Bruder, mein kleinerer Bruder, der beim FC Basis spielt, ich habe dann auch mit ihm weiter Dauer gemacht und mein Bruder natürlich auch. Und ich habe ihm immer gesagt, guck, ich habe ihm zum Beispiel Dinge gesagt, wie Verse, die es im Koran gibt, dass, wenn man zum Beispiel Allah etwas zur Seite stellt, dass diesem Mensch nicht vergeben wird. Ja, dass es eigentlich das Schlimmste ist, was man überhaupt machen kann. Und er sagte mir dann immer, du kannst mir das nicht einfach so sagen und so, wie kannst du dir das erlauben, das einfach so zu sagen und dies und das, das kann man nicht. Da habe ich ihm gesagt, guck, Bruder, das sind nicht meine Worte. Ich habe mir natürlich den kompletten Vers geschickt, ja, also gesendet, übers Telefon und ich habe ihm immer gesagt, guck, mein Bruder, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte, die in diesem Buch stehen und das sind die Worte Allahs. Ganz einfach schwarz auf weiß. Wenn du daran glauben willst, dann glaubst du daran und wenn nicht, dann nicht. Aber ich sage, es ist die Wahrheit. Und ich habe ihm immer empfohlen, auch selber den Koran zu lesen und ich bin jemand, das war ich von Anfang, wie gesagt, ich bin immer jemand, ich sage zu jedem immer, liest immer alles selber, hinterfragt alles selber und macht euch immer ein eigenes Bild. Das ist sehr, sehr wichtig, weil heutzutage wird sehr oft auch zum Beispiel über die Medien, ich meine, heutzutage glauben so viele Menschen, was in den Medien steht, was in die Medien kommt, aber ich meine, wenn du alles glaubst, was die da sagen, denkst du dann noch mit deinem eigenen Verstand oder lässt du für dich denken? Ich meine, du lässt ja dann nur für dich denken, weil du hinterfragst ja dann nichts mehr selber und wenn man selber nicht mehr hinterfragt, dann wird es sehr gefährlich für einen. Und das gebe ich eigentlich immer jedem so auf den Weg mit, dass es sehr wichtig ist, alles immer selber zu hinterfragen, selber zu lesen, weil wie kann man, wie kann man von einer Sache in einer negativen Perspektive reden, obwohl man überhaupt kein Wissen davon hat? Zum Beispiel, wie viele reden heutzutage vom Koran oder vom Islam in einer schlechten Perspektive, obwohl sie nicht einen Buchstaben gelesen haben im Koran? Ja.